Oh, guck hier, Tentakel wird Vizepräsident. Wie, wie, so schnell, Helme sauer? Helme sauer? Was für Helme? So, aber mit der Fake-Pistole holen wir uns jetzt erstmal auf jeden Fall so eine Zigarre und dann können wir das mit den Zähnen machen. So, wir schauen mal hier, benutze Scherzpistole und Zigarre anziteln. Ist das dann nicht Albert Einstein? Oh, geniale Ablenkung. Ich sehe überhaupt nichts. Natürlich siehst du nichts. So, zünd mir mal bitte eine Zigarre an. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarre. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ich verstehe das nicht. Schöner Blick. Verzieh dich. Das habe ich vor. Ab in die Vergangenheit. So. Das sagt ja alles Schweizer Bankkonto in... Das ist ganz nett, aber es passt nicht zur Zeitkapsel. Nee, der will das nicht da drin haben. Ich will nicht. Ich will nicht. Entschuldigung. Mist. Ja. Was ist denn jetzt? Äh, so. Ich hau jetzt ab. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Das klingt auch gut. Haben Sie denn auch Feuer? Nein. Schade. Ach, jetzt brauche ich die Pistole auch. Ach, jetzt brauche ich die Pistole auch. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Ich will das Gesicht nach innen gedrückt. Mist. Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Schon längst geschehen. Ich hab die schon. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Oh, sein armer Holzblock. Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Okay, alles klar. Zwei Stunden später. Na endlich. Du großes Baby. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal Feuer. Jetzt muss ich den Kamin zudecken. Dafür werde ich wahrscheinlich die Decke brauchen. Dann wird der Rauchmelder losgehen. Dann werden die sich verziehen. Und dann kann ich mir wahrscheinlich die goldene Feder schlappen. Vorhin gelesen. Ich soll dem eine langweilige Geschichte vorlesen. Probieren wir das doch mal. Warte, vielleicht klappt das ja. Es klappt. Oh, Junge, es klappt. Oh, der Krungofaktor. Nice. Bla, 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 bla. Haha, schön. Lecker. Okay, cool. Aber es sieht nicht aus wie Goldzähne, oder? Sonst würde da wahrscheinlich auch Goldzähne stehen. So, wir machen erst mal den Kamin zu. Da geht er los, der Alarm. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Haha, das sind drei. Okay. Sieht wie ein Schlafzimmer aus. Ah. Ach, das, ah, es gibt, warte mal, kann ich die Quietsche Matratze nehmen oder so? Wohin damit? Wohin damit? Das kann ich nicht machen. Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Hm. Hm. Mit der Katze weiß ich nicht Bescheid. Ist geschlossen. So, wir haben auf jeden Fall ein paar schon neue Sachen hier. Das Pferdegebiss auf jeden Fall. Ah. Der Ikin gibt mir gerade einen guten Tipp. Siehst du, da wäre ich jetzt auch wieder nicht drauf gekommen. Das ist, manchmal ist das so abstrakt. Da denkst du nicht dran. Aber ich kann die Quietsche Matratze mit Jetspad benutzen und die austauschen, oder? Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. So, jetzt ist klar. Jetzt kann ich wahrscheinlich das Bett benutzen. Dann habe ich genug Zeit. Um mir die Spielzeugmaus zu holen. Ja, nice. Cool. Was auch immer ich mit einer Spielzeugmaus mache. Okay. So, jetzt kann ich mir hier doch bestimmt die goldene Feder schnappen. Das macht mir gar nichts. Die Unabhängigkeitserklärung ist weg. Ach, guck mal. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckt da eine Decke im Kamin. Oh, oh. Sohn. Weißt du irgendetwas über eine Decke? Ähm, hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Huch. Aus Versehen was gedrückt. Äh. Äh, wir sehen uns später. Gut aus der Situation rausgekommen, würde ich sagen. Aber dem gebe ich jetzt erstmal Gold. Dann muss ich auf jeden Fall in der Zukunft oder in der Gegenwart diese scheiß Zeitkapsel suchen. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Superb. Okay. Das ist jetzt die Frage. Was kann ich mit den Spaghetti machen? Dosenöffner. Ah, so viele Dinge, die ich noch machen kann wahrscheinlich. Hier bin ich auf jeden Fall fertig, oder? Ich brauche ein Messer dafür, wahrscheinlich nicht kaputt zu machen, oder? Ich könnte nicht nur eine Seifenblase verletzen. Schon gar nicht einen Clown wie Uso. Hm. Hm. Das ist unterschrieben. Hier ist dein Ehepaar-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Hallo von Mami. Von Mami 83. Sehr schön. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich machen könnte. Ich glaube, die beiden betrügen. Ich glaube, die beiden betrügen. Wahrscheinlich gezinkt. Moment. Sie dürfen betrügen. Du nicht? Juhu. Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha. Der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay. Lass uns Gasse gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Jetzt komme ich noch zu der Toilette. Dann kann ich noch Sachen tauschen. Ausgezeichnet. Dann kann ich jetzt ganz kurz tauschen. Was kann sie denn gebrauchen? Zum Ausbrechen. Die Pistole vielleicht? Spielzeugmaus. Pferdegebiss. Mal gucken. Vielleicht reicht das ja schon. Hallo, Herr Tentakel-Typ. Es ist Zeit. Besser nicht. Hm. Hm. Okay, damit kann ich schon mal nichts machen. Ah, ja, warte mal. Ah, ich bin blöd. Die hätte andersrum tauschen sollen. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Die hätte ganz geil pelt. Damit kriege ich doch den, den Clown kaputt. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. So, jetzt kann ich doch hier. So, super. War da das? Ja, da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann holen wir uns jetzt mal diesen scheiß Clown endlich. Ach Gott, da fängt es wieder an zu ruckeln. Das ist immer hier in dieser Lobby, interessanterweise. So. Okay, cool. Jetzt habe ich den Lachkasten. Was kann ich mit dem denn machen? Hm. Hm. Also irgendwas werde ich mit der Flagge noch machen können. Nö, ich mag es, wie es ist. Hm. Hm. So. Schöner Tag heute. Worüber redest du? Hörst du nicht den Sturm aufziehen? Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegt. Ich habe nicht mehrYNMtal. Und er bleibt fest, es ist bis zum nächsten Mal. Ich habe immer noch den Reland. Aber die war etwas lichares für einen Gingenden Executive sehen. So, ich bin da in Carlos institutionen. Und ich کے début, das war dochıyorum. Ich habe zwei Jahre看. habe ich, das war auch schon. Weil ich sage immer daran, Hallo, Herr Tentakel-Typ. Herr Tentakel-Typ. So. Ich hatte ja noch ein paar andere Optionen. Gucken wir mal, was wir noch so machen können. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ach, guck an, Dr. Tentakel. Die hat irgendeine komische Fixierung mit Skalpellen. Das ist sehr seltsam. Der hat keine Ahnung, was los ist. Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Zu welcher Show? Oh. Sitz. Ruhig. Was zur Hölle? Oh, ich habe genug davon zu Hause. Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelraste. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Oh. Ach, guck mal, ich bin frei. Was ist das hier? Der Menschenschönheit-Bewerb. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Okay, der sieht hier aus, als wenn er mich gleich einfängt. Ich kriege hier die Pimbo. Ob das wohl immer noch ins Labor runterführt? Okay, weiß ich nicht genau. Guck an. Jetzt kann ich mit ihr machen, was ich will. Ich schicke dir mal einen Hogen. Ich komme von hier nicht zum Chrono John. Oh, shit. Sagt sie, Leutnant. Wie denken sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig. Obszön. Ich bin faul. Widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschen-Sympathisanten bist. Jetzt nur diese schreckliche Menschen-Show läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu. Ich habe da einen kleinen Plan. Oben im Himmel, Sven. Hier ist eine Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Ach, guck mal hier. Jetzt ist der Pullover fertig. Da ist ein niedlicher kleiner Pullover drin. Oh, süß. Er ist jetzt in der Tat ein bisschen geschrumpft. Die ist ziemlich kaputt. Interessant. Oh. Ach, guck mal hier. Ach, ich brauche wahrscheinlich die Kurbel. Da komme ich so nicht dran. Alles klar. Sieht aus, als würden Sie eine Art Show vor. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich keine Chance, das zu öffnen? Irgendwie wieder zurück in meinen Knast. Oh, die Schnauze. Ich scherze nicht. Du bist wirklich der schlimmste Homo Sapiens, den ich jemals gesehen habe. Pass auf, sonst knall ich dir eine. Bah, du bist so hässlich. Alter, was ist mit ihm los? Das Gefühl verlässt mich immer dann, wenn ich es brauche. Von deinem Haar alleine kriege ich schon Almträume. Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere. Puh, wie viel schlechter kann ich noch werden? Oh, da geht was. Nicht viel, außer es gäbe zwei von dir. Ich glaube, ich bringe dich um. Nein, nein. Mit der Einstellung kommst du nie nicht auf. Und schon gar nicht mit dem Gesicht. Stimmt, ich musste, glaube ich, aus dem Tentakelplan, den ich da geklaut habe, mussten die mir eine Flagge schneidern, dass ich daraus ein Tentakelkostüm machen kann. Und dann konnte sie sich, glaube ich, frei bewegen, weil alle denken, dass sie ein Tentakel ist. Oh, Junge, das ist schon echt lang her. Ist das ein echter Bart? Nur für Tentakel. Alles klar. Oder ich bringe dich in den Zwinger. Ja, bring dich mal mit den Zwinger. Wenn ich nur ein Tentakelkostüm hätte. Ah, siehst du, da ist das Tentakelkostüm. Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. So, jetzt kann ich nämlich durch den Chronotron, den ganzen Scheiß hier wechseln. So, erstmal kriegt sie die Kurbel. Damit sie an die Fahne kommt. Er kriegt die Pläne. So, sie hat die Kurbel. Ich glaube, das war es erstmal, weil dann werde ich mir erstmal die Flagge noch holen. Oh, da muss ich ewig lang hin und her. Hallo, Herr Tentakel-Typ. Es ist Zeit. So. Jetzt muss ich mich nochmal übergeben gehen. Du bist der Tentakel-Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Schon wieder. So, dann muss ich doch jetzt wahrscheinlich, dass ich kein Geheimnis, da oben in die Flamme lege. So, zack, das war hier lang. Durch den Kamin. Zack. So, die Kurbel werde ich vielleicht auch brauchen. Deswegen nehmen wir die mal mit. Ultramodernes Design. So, lassen wir uns mal einsperren. Gehen nochmal Pipi. Worte. Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakel-Verkleidung. Okay, dann müssen wir jetzt noch einmal mit ihm raus und dann können wir tauschen. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gasse gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ach wie, die kann ich nicht mitnehmen? Ich glaube nicht, dass das... Häh, hätte ich jetzt gewettet. Egal. Wir haben jetzt das Tentakel-Design. What the fuck? Haha, achso, geil! Ja, guck mal einer an! Schon haben wir ein Settentakel-Kostüm. Auch ne Katze! Wo kommst du denn her? Lecker! Klasse Ungeziefer! Sieht so aus, als würde sie sich lieber am Zaun kratzen, als mit diesem Nagetier zu spielen. Hm. Okay. So, jetzt können wir uns frei bewegen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Hey, blödes Tentakel! Da ist doch noch der Hamster drin, oder? Ich kann nicht. Hm, sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Das macht keinen Sinn. Hä? Ah. So, den müssen wir jetzt, glaube ich, auftauen gehen, wa? Tut mir leid. Ich habe strikte Anwaltungen. Von Tentakel Nummer 1. Dem allmächtigen Alten. Dem großen Vater Purpur-Tentakel. Niemanden an diese Uhr zu lassen. Alles klar. Aber ich habe Rechte, ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! So ein Mist aber. Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Alles klar. War das hier drin? Ne, hier ist der Knast. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbild wie dich an einen Ort wie diesen? Oh Gott. Jetzt geht's los. Haha. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht bald Reirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tier haben will? Ich hab mich verlaufen. Tschüss! Hey, ich habe auch keine Lust hier zu sein. Okay, ich lese gerade im YouTube Chat, dass ihr Ruckler im Stream habt. Das ist... Guck mal, ich schau mal ganz kurz, was YouTube sagt. Ah ja, okay, ich sehe gerade, äh, tatsächlich gab's hier bei der Bitrate ein bisschen Probleme. Wie gesagt, ähm, wir teilen uns hier, äh, das Internet. Das kann sein, dass mal die Bitrate ein bisschen runter geht. Sollte jetzt gerade wieder gehen, aber wenn hier jemand im Büro was hochlädt, dann, äh, macht sich das auf den Stream bemerkbar. Weil wir gerade noch ein bisschen wurstig im Internet zurück sind, aber da sind wir schon, schon dran, das zu fixen. Um besseres Internet zu kriegen. Nur, man weiß ja wie das ist, äh, Berlin, die, die Welthauptstadt hier, äh, da kriegst du nicht überall gutes Internet. Wer hätte es gedacht? So, jetzt zauern wir mal den Hamster auf hier. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh Gott, der arme Hamster, nimm ihn raus! Der ist doch schon aufgetaut. Oh Gott, guck ihn dir an! Das war witzig, aber nur, weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikros stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Ja, völlig richtig. Also macht es nicht. Oh Gott, der arme, Gott, der arme. Gut, aber ich seh grad auf der Uhr, es ist 16.30 Uhr und ich wollt genau bis 16.30 Uhr streamen, denn ich muss los. Ähm, deswegen, jetzt sind wir zweieinhalb Stunden live gewesen. Ähm, ich spiele auf jeden Fall nächste Woche weiter. Weiß noch nicht genau, wann ich den Tag, aber ich würde vermuten wieder am Donnerstag, äh, vermutlich zur selben Zeit. Da werde ich jetzt, wie gesagt, öfters mal, ähm, Spiele aus meiner Kindheit streamen, aber ich werde sie auf jeden Fall auch zu Ende spielen. Ich glaub, wir sind jetzt auch ungefähr zur Hälfte durch. Ähm, das heißt, wahrscheinlich schaffen wir es sogar am nächsten Stream, Day of the Tentacle durchzuspielen und dann werde ich mir danach mal ein anderes Spiel aussuchen. Und ich überleg grad tatsächlich, was das sein könnte. Ich hab vorhin ein bisschen mit meinem Bruder gequatscht, äh, was denn so Spiele sind aus unserer Kindheit, die wir noch im Kopf haben. Und da gibt's echt eine ganze, ganze Menge. Also abgesehen von, von jeder Menge Adventures, wie Monkey Island 1, 2, 3, ähm, ganz, ganz viele andere. Ich hab auch zum Beispiel überlegt, ich weiß nicht, ob jemand von euch Space Quest kennt. Ähm, da hatte ich auch mal wieder Bock drauf. Äh, Dungeon Keeper hätte ich ultra Bock drauf. Ich hatte voll Lust, ähm, Gott, wie heißt es denn nochmal? Äh, Them Hospital zu spielen. Dieses, äh, ultra lustige Krankenhaus-Ding. Wing Commander wäre was, was ich super gerne wieder spielen würde. Also es gibt mehr als genug Spiele, die wir dann jetzt in Zukunft, äh, hier im Solo-Stream machen können. Doom lese ich gerade. King's Quest. Oh ja, King's Quest, das war ja auch total gut. Stimmt. Ich werde mal schnell hier den, dem Hamster was anziehen, damit, äh, damit er nicht so friert, der arme. Lemmings, ja, auf jeden Fall Sam und Max. Stimmt. Ist ja der Schreibbein, Bruder gerade. Sam und Max werde ich auf jeden Fall auch spielen. Es gibt so viel, es gibt so viel, Leute, was wir jetzt in Zukunft spielen können. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt immer Donnerstags. Dienstags haben wir ja immer unsere Gruppen-Streams, wo wir, äh, gemeinsam Quatsch machen. Ich werde jetzt einfach gucken, dass ich Donnerstags das regelmäßig mache. Dann könnt ihr euch ein bisschen drauf einstellen, wann gestreamt wird. Ähm, wenn ihr nicht zugucken könntet, äh, konntet, oder, Freude habt ihr nicht zugucken konntet oder so, dann, äh, wie gesagt, wir haben auch unseren Let's Play-Kanal. Da laden wir dann die Wiederholungen immer regelmäßig hoch. Ja, Simon the Sorcerer auf jeden Fall. Ich hatte vorhin auch geschaut, ob's, ähm, Dungeon Master irgendwo gibt, aber hab's tatsächlich nicht gefunden. Das muss ich mir dann wahrscheinlich mal irgendwie, äh, ja, auf Amazon oder auf Ebay oder so organisieren und dann mal gucken, ob wir das irgendwie emuliert kriegen. Ähm, ja, gibt's auf jeden Fall mehr als genug zu spielen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat mir großen Spaß gemacht, ähm, bei Day of the Tentag immer wieder reinzuschauen. Wie gesagt, nächstes Mal spielen wir das durch. Dürfte eigentlich nicht mehr so viel sein, was wir machen müssen. Sind, glaub ich, schon recht weit. Oh ja, Mensch, Indiana Jones. Auf jeden Fall die alten Indiana Jones-Adventures. Vor allem The Fate of Atlantis war super. Das muss ich auf jeden Fall mal wieder spielen. Das war wirklich ein Klassiker. Ah, ich seh schon, euch geht's genauso, ne? Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, was ich nächste, äh, also nachdem wir mit Day of the Tentag durch sind, nächstes Mal dann streamen soll, dann, äh, schaut mal bitte alle auf Twitter vorbei, auf unserem Dr.Freud-Kanal, drunterstrichfreud. Dort hatte ich heute einen Tweet gepostet, dass ich, äh, streamen werde. Antwortet mir dort einfach mal auf den Tweet und sagt mir, was ihr euch wünschen würdet an alten Spielen, ähm, die ihr gerne sehen würdet. Dann, äh, schau ich mal, dass ich das auf jeden Fall alles unterkriege. Aber wir haben erstmal Stoff für die nächsten drei Jahre, glaube ich. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle, macht's gut, ähm, schaut heute auf jeden Fall auch nochmal auf dem Kanal vorbei. Es müsste heute noch ein Nerd-Ranking kommen mit den, äh, wenn ich mich nicht täusche, Top Ten der besten Marvel-Spiele. Ne, jetzt kommt der, äh, der neue, äh, Infinity War kommt grad ins Kino. Da passt das ganz gut. Deswegen, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen früher. Aber beim Stream hier bei Day of the Tentacle sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freu mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.